Hallo und Willkommen! Sie können das Viertelfinalspiel der UEFA Europameisterschaft 2024 live verfolgen. England versus Schweiz auf folgenden Kanalen ZDF HD Freikanal ORF1 und SRF2 Schweiz am Samstag 6. Juli 2024 um 18 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!